Jedenfalls Christen werden plötzlich nicht mehr als die guten Gläubigen angesehen, die ebenfalls ins Paradies kommen, wie es noch in Surah 2, Vers 62 ausgeführt wurde, sondern sie werden als die übelsten Geschöpfe dargestellt, die laut späteren Versen im Koran die schlechtesten Geschöpfe sind, die in das Höllenfeuer kommen, wie es in Surah 98, Vers 6 heißt, und die getötet werden sollen, sobald man sie sieht, wie es in Surah 47, Vers 4 und Surah 9, Vers 5 steht. Das sind nur einige Beispiele der massiven Widersprüche im Koran und die nur dadurch aufgelöst werden können, dass das sogenannte Prinzip der Abrogation angewendet wird, also ältere Verse einfach für ungültig erklärt und durch neuere ersetzt werden, denn die Widersprüche sind zu massiv. Und beziehen sich auf die fundamentalen Grundsätze des Glaubens. Und daher musste der Autor des Korans, wer immer das sein mag, jedenfalls ganz sicher nicht Gott, einen Ausweg aus diesem Dilemma finden. Die Abrogation, die im Koran an verschiedenen Stellen proklamiert wird, wie zum Beispiel in Surah 2, Vers 106. Wo es heißt, was wir auch an Versen aufheben oder in Vergessenheit bringen. Wir bringen bessere oder gleiche dafür. Weißt du nicht, dass Allah über alle Dinge Macht hat? Allah hat also die Macht darüber, sein eigenes Wort zu brechen und das zu verändern, was er vorher gesagt hat. Ganz nach dem Motto, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Wunderbar, nicht wahr? Da wird einem gleich die Anleitung zum Verdrehen von Aussagen und Täuschen mitgeliefert. Und das, obwohl an anderer Stelle im Koran steht, dass Allahs Wort unveränderlich ist und niemals abgeändert wird. Wieder so ein massiver Widerspruch. Der Islam braucht also ein Prinzip, das auf einen Widerspruch begründet ist, um die Widersprüche im Koran zu erklären. Was für eine Religion des Täuschens und Betrügens. Also am meisten werden die eigenen Gläubigen getäuscht, die diesen ganzen Unsinn glauben. Denn damit sie ihn glauben, muss fleißig getäuscht und gelogen werden. Eine Religion, die auf Lug und Trug aufgebaut ist. Von wem kann die stammen? Natürlich nur vom Vater der Lüge, dem Satan.